Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen liebe Zuschauer, Traderinnen und Trader zu den täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmüll. Heute ist Montag, der 14. Mai. Mein Name ist Mike Seidel und ich zeige Ihnen hier wie jeden Börsenhandelstag, wenn ich am Desk bin, ein paar meiner Ideen, die ich beim Screening der Märkte als betrachtenswert erachtet habe. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Wochenende, konnten sich erholen und freuen sich auf die Dinge, die da in der Handelswoche auf uns warten und vielleicht auf den ein oder anderen Trade hier über die Plattform von Tickmüll, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährung. Bevor wir direkt ins Webinar reingehen. Noch die Bitte, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie einen Wunschmarkt analysiert haben möchten und Sie hier live dabei sind, dann scheuen Sie sich nicht. Geben Sie ruhig den Hinweis im Facebook-Chat, dass wir einmal auf den Titel schauen sollen oder aber wenn Sie die Videos im Nachgang sich anschauen auf der Facebook-Seite oder aber vielleicht im YouTube-Kanal von Tickmüll, den Sie übrigens auch gern abonnieren können, dann können Sie auch gerne dort eine Information hinterlassen oder per E-Mail auf uns zukommen, wenn wir mal den ein oder anderen Markt für Sie analysieren sollen. Der Risikohinweis, der startet natürlich auch mit in den Tag hinein. Der Handel mit Devisen und CFDs aufmarschen kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gehen wir direkt auf den nächsten wichtigen Punkt im Handel. Und zwar sind das die Tagesnachrichten. Ganz so viele Nachrichten gibt es im Laufe dieser Handelswoche nicht. Einige wichtige Nachrichten stehen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf der Agenda. Von der Seite her, Sie sehen es auch gerade auf dem Bild bei den Relevanzen. Die drei, die wichtigste Relevanz mit dem höchsten Market Impact, die fehlt hier am heutigen Montag. Heute ist irgendwo so ein bisschen, Sie sehen es an der Agenda, der Tag der Großen Reden. Es wird viel gesprochen seitens der EZB. Es gibt ein bisschen was von der FOMC. Wir haben einen Monatsbericht um 13.20 Uhr deutscher Zeit von der OPEC. Amsonsten, es gibt einiges hier, Sie sehen es an den Zeiten. Es kommt am Laufe des Tages immer mal ein bisschen was rein seitens der Reden. Wir werden sehen, was an den Märkten passiert. Aber hier erstmal nichts, was jetzt fest einzuplanen ist, wo wir genau wissen, ah, da könnte wahnsinnig viel Bewegung in die Märkte hineinkommen. Klar, die OPEC, die kann ein bisschen für Bewegung sorgen, was auch immer im Monatsbericht von den Märkten dann angenommen wird. Aber ansonsten, wie schon gesagt, heute gibt es das Thema der Reden seitens der Zentralbanken. Und damit würde ich sagen, halten wir uns nicht länger mit den Marktnachrichten auf, sondern wir schauen einfach in die Werte, die ich auch im Blog für Sie vorbereitet habe. Es geht heute um das Öl WTI. Wir sprechen kurz über Silber und das Kabel im Blick für die Ideen des heutigen Tages. Und damit schalte ich einfach mal direkt in den Trading Desk hier bei Tickmill. Wir haben es hier auf dem Chart das WTI und zwar im Tagestrend. Ich habe Ihnen mal die letzten Verläufe hier ein wenig eingezeichnet und Sie sehen, worauf es mir hier auch ankommt. Die Kerze ist schon markiert, die für mich wichtig war. Am Freitag gab es hier diese Kerze, wo wir am Donnerstag hier noch das neue hoch in diesem Bereich bei knapp 71,90 US-Dollar für ein fast der Sorte WTI. Das haben wir hier auf dem Schirm gehabt haben. Hat am Freitag der Markt ja begonnen abzuverkaufen. Und wenn eine solche, sage ich mal, Formation, wie wir sie hier haben, eine Bestätigung findet, dann kann das durchaus hier eine Korrektur ein Stück weit auch einleiten. Der Ölpreis ist momentan recht stark. Das heißt, wir sollten auch immer auf dem Schirm haben, dass der Markt hier nur kurz korrigieren kann, um dann wieder gut durchzustarten. Aber Sie sehen es ja auch an der letzten Korrektur hier in diesem Bereich. Es ging dann doch vom Hochpunkt bei knapp 69,70 bis auf knapp 66,70 nach unten. Also ein bisschen Korrektur war da auch schon da. Das kann jetzt hier auch passieren. Hier lief es dann etwas seitwärts aus diesem Grund. Hier der Blick einmal in den Stundenchart. Und was wir hier im Stundenchart sehen, ich skaliere Ihnen das mal kurz noch etwas größer, ist aktuell, Sie sehen es hier, ein abwärtslaufender Markt. Das heißt, wir haben die Stunde im Abwärtstrend momentan noch am Laufen. Diese trendige Aufwärtsbewegung hier, der letzte Schub ist erstmal rausgenommen worden. Das letzte Korrektur T4 ist weg mit diesem Peak. Und jetzt läuft der Markt hier ein Stück weit. Und das sieht mir ein bisschen nach Korrektur aus. Sie sehen, was ich hier auch eingezeichnet habe für Sie, sind entsprechend mal die Korrektur Level, wo immer mal wieder Haltepunkte kommen könnten. Das wäre dann hier dieser Bereich zwischen, was habe ich eingezeichnet, 70,21 und 69,90 in etwa. Dann haben wir hier einen Bereich, wo die Märkte auch immer mal hin und her etwas geschwankt haben. Der Bereich um die 68,60. Sie sehen es selbst, es sind immer mal nicht so auf den Cent genau die Dinge nehmen. Das sind so grobe Richtlinien, die man ja hat. Im Börsenhandel funktioniert vieles nicht zu exakten Zahlen. Von der Seite her sind das immer grobe Richtwerte. Und dann gibt es den nächsten Bereich, wo doch einiges an Bewegungen noch kommen kann, bei 67,12. Also Sie sehen, das ist jetzt mal im Stundenchart herausgenommen. Und wenn wir uns das im Tageschart anschauen, dann sind es die Linien, die ich hier für Sie eingezeichnet habe. Dieser Bereich, wo immer mal ein bisschen, sage ich mal, Unterstützung auch laufen kann. Der Markt kann bis hier runter korrigieren, ohne diesen übergeordneten Aufwärtstrend kaputt zu machen. Die Weltwirtschaft ist momentan robust. Das Öl wird gebraucht. Das Spannungsumfeld, was wir momentan auf politischer Seite haben, ist prädestiniert dafür, dass Rohölpreise auch steigen können. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen. Von der Seite her sind wir hier wachsam und warten, was der Markt uns an Zeichen gibt. Wie schon gesagt, kurzfristig schaut es etwas nach Korrektur aus, die wir hier in diesem Falle natürlich nutzen können, um das ein oder andere Setup für den Korrekturhandel auch auswählen zu können. Schwenken wir rüber zum nächsten Markt. Ich habe rausgesucht, dass Silber, nicht immer nur Gold, Silber ist auch hin und wieder in einer exponierten Lage, um einmal einen Blick hineinzuwerfen. Und Sie sehen auch hier wieder den Tageschart vom Silber und was ich Ihnen eingezeichnet habe. Und zwar hier dieser blau markierte Bereich hier oben zwischen 16,80 und 16,70 hier unten in diesem Bereich. Sie sehen, es gab da immer mal wieder Versuche, in dieses Level hineinzutauchen. Und dann ist der Markt direkt wieder abgetaucht. Wir sind natürlich auch schon drüber gegangen. Schauen Sie sich hier an, was da am 18. April passiert ist. Da ist der Markt stark nach oben gelaufen, ist hier oben in die Widerstände, die wir sehr schön im Chart auch sehen, können hinein gelaufen und dann wieder komplett nach unten abgedreht. Das heißt, wir haben hier schon noch diese Trading Range, die wir liegen haben, mit dem Oberbereich hier um die 16,80 und dem unteren Bereich irgendwo um die 16,10, 16,20 ist es begrenzt. Was haben wir hier? Wir haben am letzten Freitag wieder die Umkehrkerze gehabt aus dem oberen Bereich raus. Der Markt ist hier kurz reingehuscht. Dann gab es zu kalte Füße für die Käufer und damit wurde der Tag wieder schön ordentlich abverkauft. Wir sind wieder hier in diesem Spannungsumfeld drinnen. Hier kann vom Prinzip her alles passieren. Der Markt kann hier hochgehen und auch komplett drüber schießen. Wir wissen es nicht, aber was halt für mich jetzt hier mit Blick auf diese Situation interessant war, ist natürlich hier der Bereich. Wir haben hier diese Umkehrkerze, die uns gezeigt hat. Hier kam Schwäche in den Markt rein. Die Aktienmärkte waren gesucht auch in der letzten Woche. Das hat dann etwas Druck von oben nach unten gegeben auf diese Edelmetalle. Das hat dann hier den Freitag auch wieder gespiegelt. Wenn der Markt jetzt hier tatsächlich wieder etwas zur Schwäche neigt, dann kann diese Bereiche oben gut dazu geeignet sein, dass wir an der oberen Trading Range eine Abpreistrategie fahren können auf dem Weg zur unteren Trading Range. Auch da schauen wir noch mal in die Stunde rein. Wir sehen in der Stunde genau das Bild. Schauen Sie, wir haben jetzt hier vom Prinzip her den Aufwärtstrend, der uns bis oben reingeführt hat. Der ist mit einer starken Bewegung gebrochen worden hier in diesem Korrekturbereich von 16, knapp 67. Das ist der Marktpreis hier unten gewesen. Da ist der Markt runtergegangen, jetzt korrigierter. Und wenn wir hier dann entsprechend die Bildung des Abwärtstrends sehen, dann ist das die Bestätigung dieser Handelsidee sozusagen. Und dann haben wir einen Abwärtstrend in der Stunde. Und die Stunde kann uns dann durchaus über diese Bereiche, die ich Ihnen hier eingezeichnet habe, nach unten ein wenig führen. Sie sehen es hier, die Tiefs im Aufwärtstrend, den wir hier hatten, sind auch gute Anlaufpunkte immer wieder. Diese Ausbruchpunkte über die aktuellen Hochpunkte, wie ich es hier markiert habe, das sind auch Zonen. Da läuft der Markt auch ganz gern mal ran. Also hier einige Punkte von Interesse momentan hier auch im Chart, was dann natürlich gut geeignet ist, um das eine oder andere Setup zu traden, auch in verschiedenen Zeitebenen. Also Sie sehen, Sie können den Tag gut analysieren und dann auch Ihre Handelsideen in den kleineren Zeiteeinheiten hier entsprechend mit umsetzen. Und damit gehen wir zum britischen Fund US-Dollar. Das Cable auch immer wieder einen Blick wert, weil diese Währung natürlich auch sehr, sehr viel gehandelt wird und natürlich auch durch Nachrichten immer wieder ordentlich Bewegung entsprechend auch erfährt. Ich mache Ihnen den Chart mal hier etwas kleiner, dass wir das Ganze sehen. Oh ja, warten Sie mal. Das muss ich mal händisch ein bisschen nach oben ziehen. Na, kriege ich jetzt nicht hin. Gut, dann ist es jetzt so, wie es ist. Also was haben wir hier entsprechend? Sie sehen, wir haben im Cable momentan den Bereich, wenn wir uns den Chart mal im Tagestrend angucken. So, ich mache es mal doch etwas nach. Ich kriege es nicht größer. Wir probieren es nochmal so. Jetzt passt. Also wir haben jetzt hier im Tageschart den Bereich, den wir sehen. Wir hatten diesen schönen Aufschwung. Da hatten wir ja schon häufig drüber gesprochen. Der hat uns bis in die alten Hochs hier oben geführt. Und dann hat plötzlich ein massiver Abverkauf stattgefunden. Wenn Sie sich das auch im Wochenchart mal anschauen. Wir hatten hier oben einen Top-Bereich sozusagen, wo der Markt dann halt einfach ein paar Mal reingelaufen ist und dann doch stark nach unten abverkauft hat. Und wenn Sie sich die Situation im Wochenchart auch mal etwas näher betrachten, Sie sehen hier den schönen Aufwärtstrend. Und dieser schöne Aufwärtstrend wurde jetzt vom Prinzip her hier, wir hatten hier, ich zeige es dir das mal ganz kurz ein, das war die vorletzte Bewegung mit entsprechend ihrem Korrektur-Tief. Na, komm her, du Linie. Mit dem Korrektur-Tief. Dann gab es nochmal eine weitere Bewegung. Die ist etwas oben drüber gegangen. Die Zeichnung ist jetzt nicht ganz akkurat, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Und damit ist der Markt hier oben drüber gelaufen. Hat jetzt durch diese starke Bewegung diesen Markt hier natürlich unten rausgenommen. Wenn Sie sich auch dieses Kerzenmuster mal anschauen, dann sehen Sie hier auch drei starke, nach unten abfallende Kerzen. Diejenigen, die sich in der technischen Analyse auch etwas auskennen, kennen dieses Kerzenmuster vielleicht auch. Und damit sehen wir hier, wenn dieses Kerzenmuster dann bestätigt wird, doch die Potenzial für weiterfallende Kurse. Wir haben dann, wenn man mal den Wochenchart angeht, die nächsten Unterstützungen hier im Bereich liegen. Und zwar um die, was haben wir, 1,32, knapp 7 und dann hier unten die 1,33 in diesem Bereich. Das sind dann Anlaufpunkte aus dem Wochenchart heraus. Das ist mal so die Analyse ein bisschen hochgegriffen. Aber wir sind ja jetzt hier im Tag sozusagen. Und was wir hier sehen, ist eine, ja sage ich mal, Seitwärtsbewegung innerhalb einer Range zwischen 1,36 und 1,35, wo der Markt immer mal hin und her läuft. Und wir sehen halt hier auch die Schwankungsbreiten. Also diese Range ist im Anführungszeichen so klein momentan, dass das die Schwankungsbreite dieser Tageskerzen hier zum großen Teil auch ausgemacht hat. Damit sehen Sie, wie schnell man innerhalb dieser Spanne auch gute Setups finden kann und entsprechend auch auf die Muster korrigieren kann. Das heißt hier, diese Ranges sind schön da. Der Markt heute startet auch wieder schön dynamisch. Wir hatten hier am Freitag die Kerze unten herangelaufen, wieder hochgelaufen, etwas zurückgekommen. Aber wir waren unten. Jetzt setzt sich hier die ganze Geschichte fort. Wenn wir das auch mal im Aufwärtstrend, Entschuldigung, im Trendbereich des Tages, der Stunde sehen, schauen Sie hier, hat sich vom Prinzip her untergeordnet der Markt schön nach oben bewegt. Jetzt haben wir hier, wenn der Markt hier oben drüber läuft, untergeordnet schon wieder einen kleinen Aufwärtstrend, der in Richtung dieser dynamischen Bewegung nach oben läuft und uns an die Oberkante führt. Und das sind die Dinge, wo wir innerhalb der Range natürlich sehr interessant fürs kurzfristige Trading hinschauen können. Aber was hier auch interessant ist, ist die Situation, was macht der Markt dann, wenn es doch mal nach oben schiebt oder doch mal nach unten schiebt. Und wenn wir da in diese Situation kommen, dass es der Markt tut, dann sehen wir hier halt auch interessante Haltepunkte. Warum? Weil wir hier, schauen Sie mal, wie hoch oder wie nah diese Tageshochs hier aneinander liegen. Wenn da plötzlich eine kleine Orderkaskade auch ausgelöst wird, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, dass der Markt einfach husch hier oben rüber schießt und diese Orders abkassiert. Und nur dann, um vielleicht wieder rumzudrehen, um nach unten zu laufen. Das wäre dann sozusagen eine Korrektur über den Preis dieser starken Bewegung hier nach unten. Das ist interessant, das ist spannend. Aus diesem Grund ist es wichtig, hier dabei zu sein, wenn man sowas traden möchte. Das heißt, das sind die Dinge, da sitzen Sie dann meistens auch am PC. Natürlich, damit Sie sowas auch sehen können. Damit Sie sehen können, ah, wo müssen die Ziele hin? Haben wir hier schon die kleine Umkehr, die wir brauchen, um nach oben zu laufen? Das funktioniert auf der Oberseite. Genauso gut kann das auch auf der Unterseite passieren. Das heißt, dieser Bruch nach unten raus, schauen Sie, was ich hier für Sie auch eingezeichnet habe. Wir haben hier relativ nah auch die Unterstützungen liegen. Das heißt, wenn der Markt hier nach unten rutscht, dann kann es auch relativ schnell gehen, dass der Markt nach unten einiges abkassiert. Und das wäre dann natürlich auch noch in die Richtung der entsprechenden, wie sag ich mal, der Vorgabe, die wir hier hatten. Wir haben zwar jetzt noch keinen Abwärtstrend, wie man den so schön sieht, wie wir das hier gehabt haben. Aber es war doch ein direkter Move, den wir hier nach unten hatten. Und wenn der Markt schwach bleibt, dann kann es auch passieren, dass wir ein wenig Korrektur über die Zeit hier gesehen haben, wo nicht viel in der Preisrange kam. Aber nach unten gibt es dann plötzlich Druck. Das kann dann natürlich auch passieren. Damit bewegen wir uns mit dem sozusagen dynamisch nach unten gerichteten Markt. Das kann dann natürlich noch deutlich mehr Potenzial reinholen, wenn wir uns dann nochmal die Woche anschauen, wo der Markt auch hinlaufen kann. Wir können hier ohne weiteres, haben wir ja gesagt, auf die 1,32 knappe 9 laufen oder dann hier unten was um die 1,33 Marke. Das kann relativ schnell gehen. Das sind die Dinge, die sehen wir jetzt hier im Chat noch gar nicht so zu drin liegen. Also hier unten haben wir die 30er hier und bis hier runter kann das dann auch relativ schnell gehen, wenn wir uns mit so einem dynamischen Markt nach unten abwärts entwickeln. Wir wissen es nicht, aber die Potenziale sind auf alle Fälle da und das ist der Grund, weshalb diese Situation, die wir hier vorliegen haben, doch auch sehr interessant ist. Weil wenn Sie auch mal ein Stückchen rüber schauen, hier drüben, was wir im Dezember letzten Jahres gehabt haben, Anfang Januar, dann haben Sie hier die Situation auf der oberen Seite. Sehen Sie, wie schnell das hier ging. Der Markt hat es immer mal so ein bisschen probiert, hatte hier so diese Range, wollte nicht so richtig hoch, nicht so richtig runter und dann plötzlich Knall nach oben weg, nach unten hat er nochmal getestet. Und dann ging es mit der Marktrichtung sozusagen hoch und da kam dann ordentlich Schub, ordentlich Dynamik. Und wenn Sie da auf der richtigen Seite liegen und das schön sehen, dann sehen Sie, welche Potenziale hier entsprechend auch mit drinnen liegen. Und schauen Sie hier, das war mal die Richtung, da hatten wir hier schon die nächsten Hochs liegen, wo der Markt dann doch sehr schnell rangegangen ist und die Dynamik nach oben gefunden hat, in Trendrichtung. Also hier die Dinge auf den Blick für heute. Damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich sehe im Chat auf Facebook keine weiteren Fragen. Ich wünsche Ihnen damit einen angenehmen Tag. Tolle Trades auf alle Fälle. Wenn Sie sich informieren möchten über Tickmill, dann gehen Sie ruhig mal auf die Website von Tickmill. Da sehen Sie dann auch den Blog. Ich hole Ihnen das mal ganz kurz noch ins Bild hinein für all diejenigen, die das Ganze sich auch mal anschauen möchten. Die Blog-Einträge sehen Sie direkt hier. Ich zeige es Ihnen mal groß hier auf dem Bildschirm. Sehen Sie direkt, wenn Sie auf die Website von Tickmill gehen, dann haben Sie hier, wenn Sie Deutsch ausgewählt haben, haben Sie den Blog neben allen anderen Informationen zu den Währungspaaren und zur Handelssoftware. Im Blog finden Sie dann direkt alle Einträge. Und da sind Sie dann auch, wenn Sie in einen dieser älteren Beiträge reingehen, beispielsweise sehen Sie, wenn Sie reinklicken, was dann an dem Tag auch genannt wurde als Ideen. Und Sie sehen hier unten auch immer das entsprechende Video. Hier in diesen Charts oder beziehungsweise Einträgen ist immer das Video des aktuellen Handelstages drin. Also heute kommt dann entsprechend, wenn ich es hochgeladen habe, direkt das Video für den 14. rein. Aber Sie können hier, wenn Sie auf die Playlist klicken, entsprechend die Handelstage sich raussuchen. Ich schreibe auch immer das Datum hier davor, damit Sie es schnell finden. Und da können Sie relativ schnell nochmal in die eine oder andere Videobesprechung reinschauen. Also nutzen Sie es ruhig, wir machen es für Sie, um Ihnen gute Ideen, gute Trade-Möglichkeiten zu geben. Und wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig vorbei, abonnieren Sie den Tickmill-Kanal und dann läuft das auch so, wie es soll. Also an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis morgen, 8 Uhr circa der Blog-Eintrag. Und dann gegen 9 Uhr wieder die Besprechung der Handelsideen. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Mike Seile.